Ein herzliches Mal Moin wünsche ich euch. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr auf der DeFi Chain Wallet ein Wallet erstellen könnt und somit halt Aktien minten oder auch die USD minten könnt. Und zwar öffnet ihr natürlich die DeFi Chain Wallet, klar, und dann müsst ihr schon DeFis auf jeden Fall auf der Wallet haben. Um DeFi's halt drauf zu bekommen, geht ihr halt oben auf die Wallet Adresse, dann auf Empfang und dann könnt ihr hier halt auf, wenn ihr lange drauf drückt, auf die Wallet Adresse, dann kopiert sich die einfach. Dann könnt ihr zum Beispiel die kopierte Adresse per E-Mail dann an euer PC sozusagen senden. Dann könnt ihr, wo ihr halt eure DeFi's gekauft habt, zum Beispiel auf Bitrix, hier dann die Adresse eingeben und dann hier senden. Ich habe auch noch ein Video gemacht, wie ihr halt euch DeFi's kauft, zum Beispiel auf Bitrix. Das findet ihr auch unten in der Videobeschreibung oder unter dem i. Ein Tipp nochmal von mir, ihr sendet hier euch einfach nur erstmal vier, fünf DeFi's, um zu schauen, ob das Ganze funktioniert. Und dann sendet ihr mehr natürlich, wenn das Ganze funktioniert hat. So, wir gehen nochmal wieder zurück. Wenn ihr die DeFi's drauf habt, ein, zwei DeFi's erstmal tauschen zu UTXO und das macht ihr hier unter dem Reiter in der Mitte Deine Activa. Und dann ist es so, dass wir hier auf den Pfeil gehen, oben und unten Pfeil und dann müsst ihr hier einfach nochmal auf den oben und unten Pfeil gehen, um halt hier die Menge der DeFi's einzugeben, die ihr gerne tauschen möchtet. Zum Beispiel hier jetzt ein DeFi und dann wird das halt umgewandelt zu ein UTXO, so heißt das Ganze. Hier seht ihr unten die voraussichtliche Gebühr. Das sind 0,0001 DeFi und dann müsst ihr einfach nur auf Weiter gehen. Und dann seht ihr hier nochmal die ganze Übersicht und dann müsst ihr auf Transaktionen bestätigen drücken und dann fragt euch nach euren Passwort sozusagen die sechs Zahlen, die ihr eingegeben hattet, wo ihr die Wallet installiert habt. Und das mache ich jetzt und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. So, jetzt hat die Transaktion, wurde die genehmigt und jetzt warten wir auf die Transaktion und dann habt ihr unter UTXO ein UTXO, Mann, ist das eine schwierige Abkürzung. Genau, und sobald die Transaktion durch ist, werde ich weitermachen. So, nun wurde die Transaktion abgeschlossen, das seht ihr am grünen Haken und jetzt können wir auf Darling klicken. Ähm, ich habe schon mal, ich hatte ja schon ein Vault erstellt, deswegen sieht das bei euch ein bisschen anders aus. Ähm, ich kann hier oben rechts auf das Plus gehen. Ähm, bei euch wird wahrscheinlich sein, dass es, ähm, da steht neuer Vault erstellen. Ich gehe jetzt mal auf das Plus und dann kommt halt die gleiche Maske wieder. Hier findet ihr jetzt unterschiedliche Darling-Modelle von 150% Besicherungsquote bis 1000% Besicherungsquote. Und umso höher du dein Risiko eingehst mit der Besicherungsquote, umso höher musst du auch die Zinsen zahlen. Zum Beispiel ist jetzt hier bei den 150% Besicherungsquote 5% Jahreszins. Hier haben wir nur die Zinsen, keine Tilgung. Das heißt, ähm, ihr müsst jetzt nicht monatlich irgendwelche, äh, Zinsen oder Tilgung zahlen, sondern die Zinsen laufen halt auf. Und wenn ihr denn irgendwann mal den Vault schließt, dann müsst ihr die komplette, äh, Zinssumme zurückzahlen und natürlich euer geliehenes Geld. Und, ähm, alles andere ist natürlich so, dass die Zinsen auflaufen und dann halt eure Besicherungsquote, wenn ihr halt nicht noch mehr, ähm, Besicherungen hinterlegt, dann halt verringert. Genau, wir wählen jetzt einfach mal hier die 150% Besicherungsquote aus und dann gehen wir hier einfach auf Weiter. Und hier müssen wir dann wieder unsere Transaktion freigeben, äh, eingeben, äh, unser Passwort natürlich, das mache ich jetzt. Das Ganze kostet, äh, 2 Defi als Gebühr, ähm, genau. Verwaltungsgebühr voraussichtlich, voraussichtlich haben wir 0,00010000 Defi. Dann haben wir gesamte Transaktionsgebühren 2,00010000 Defi. Genau, und, ähm, dann wandelt er das Ganze jetzt um und erstellt den Vault. So, wir haben hier jetzt, äh, können wir auf OK und dann Vault erstellen bestätigen. Und dann ist es gleich soweit, müssen wir nochmal unser, ähm, Code eingeben und dann haben wir das, äh, auch bestätigt. Ihr könnt so viele Vaults erstellen, wie ihr wollt. Ähm, kostet natürlich immer 2,00010000 Defi, glaube ich, hat, äh, haben wir ja gesehen, wie viel das war. Und, ähm, ich habe jetzt keinen zweiten erstellt. Ich wollte jetzt, ähm, euch das alles jetzt anhand meines, ähm, Vaults zeigen, was ich halt hier schon erstellt habe vor, ich glaube, im Dezember habe ich den erstellt. Genau. Super. Ähm, es könnte ein klein bisschen anders aussehen als bei euch, weil ihr das ja neu erstellt. Doch, äh, ist es halt so, dass es, wenn, äh, die Button da sind oder auch, ähm, Sicherheit bearbeiten und so weiter, dann solltet ihr das schon mitverstehen. Genau, also, wenn wir jetzt, ähm, uns zum Beispiel ein Darlehen nehmen möchten, ist es so, dass wir erstmal Sicherheit hinterlegen müssen. Und zwar gehen wir da halt auf, äh, entweder Sicherheit hinzufügen oder Sicherheit bearbeiten. Sowas ähnliches müsste bei euch stehen. Und dann könnt ihr halt hier zum Beispiel Defis hinzufügen oder auch, ähm, erst neu erstellen. Dann gehen wir hier auf Plus und dann können wir hier jetzt Defis, ähm, reinbringen. Unten seht ihr immer die Besicherungsquote, ähm, und dann machen wir hier jetzt mal, sagen wir mal, zwei Defis sende ich hier rein. Oder sagen wir mal, sagen wir mal, ich sende hier, ähm, 178 Defis rein. Und dann muss ich hier wieder weiter runterscrollen, Token als Besicherung hinzufügen, ähm, raufklicken und dann müssen wir wieder die Transaktion freigeben. Und zwar machen wir wieder unser Passwort rein. So, da wurde die Transaktion schon genehmigt. Jetzt warten wir darauf, dass ein Blog die Transaktion bestätigt und dann machen wir einfach weiter. Und dann seht ihr halt auch da die Volt-Prozentquote. Ähm, momentan ist es noch so, dass halt du, um halt ein Darlehen ausleihen zu können, mindestens 50 Prozent, ähm, Defi hinterlegt haben musst. Und dann halt, äh, anders auffüllen kannst. Ähm, zum Beispiel habe ich jetzt hier 42 Prozent Defi und, äh, ich glaube, ähm, ein Prozent halt, äh, USDT und die, äh, anderen Prozente in Bitcoin. Du kannst halt, nachdem du dein Darlehen aufgenommen hast, äh, wo du halt eine Besicherungsquote von Defi momentan haben musst von 50 Prozent, ähm, kannst du halt dann halt, nachdem du die ganzen Darlehen aufgenommen hast, auch verringern. Das heißt, du kannst dann halt viel mehr, ähm, Bitcoin und Co. hinterlegen. Das ist egal. Nur wenn du halt wieder einen neuen Kredit nehmen möchtest, dann muss es halt sein, dass du halt, ähm, 50 Prozent Besicherungsquote, ähm, in dein Volt hast von, ähm, na, in Defi. Und dann nimmst du halt, äh, von der Besicherungsquote, äh, von Bitcoin was raus. Das kann ich auch gerne mal zeigen. Hier haben wir das jetzt, äh, fertig. Dazu geht ihr dann halt hier unten auf, ähm, D-Bitcoin zum Beispiel. Dann hier Minus, ähm, drücken. Und dann könnt ihr hier, ähm, die Menge an, ähm, Bitcoin rausnehmen, um die Besicherungsquote zu verringern, äh, von Bitcoin. Und dann die Besicherungsquote von Defi zu erhöhen. So, dann können wir jetzt, ähm, auf Darlings-Token gehen. Und dann können wir hier jetzt die bestimmten, äh, Token minten, die wir wollen. Äh, zum Beispiel DUSD müssen wir sowieso minten, um halt beim Liquidity-Mining gegenüberzustellen bei den Aktien. Äh, ich mach das jetzt einfach mal an, ähm, Beispiel an DUSD. Klicken wir rauf. Und dann müssen wir hier halt ein, ähm, Vault auswählen. Und dazu nehmen wir halt hier den Vault. Und dann geben wir hier den Betrag ein, den wir minten wollen. Sagen wir mal 1000, äh, DUSD. Dann seht ihr hier unten die Besicherungsquote. Das Resultat daraus, wenn ihr halt jetzt, ähm, 1000 minten würdet. Jetzt mach ich mal 10.000. Dann seht ihr, dass die Besicherungsquote runtergeht. Ähm, ja. Hier seht ihr meine Besicherungsquote, äh, welchen Kredit ich, ähm, nutze. Das sind die 150 Prozent. Dann ist das halt der geschätzte Jahres, äh, Zins, die wir dafür zahlen müssen. Dann haben wir das Gesamtdarlehen, ähm, mit den Jahreszins, was wir halt in einem Jahr zurückzahlen müssten, mindestens. Ähm, natürlich können wir jederzeit, äh, den, äh, Darlehen zurückzahlen. Wie wir den Darlehen zurückzahlen, zeige ich euch auch gleich nochmal. Ähm, genau. Dann haben wir hier voraussichtliche Gebühr von 0,001,000 Defi. Wenn ich hier jetzt auf Weiter machen würde, würde das Ganze nicht funktionieren, weil ich halt eine Besicherungsquote im Defi habe von, äh, knapp 40 Prozent und nicht über 50 Prozent. Deswegen mach ich nicht auf Weiter. Wenn ihr hier auf Weiter geht, dann müsst ihr halt wieder euren PIN eingeben und dann gibt's wieder eine, äh, über die wieder die Transaktion freigegeben. Und, äh, somit habt ihr dann die USD gemintet. Und dann müsst ihr natürlich noch einen Token minten, eine Aktie, äh, sagen wir hier jetzt mal Google. Das ist genau das gleiche Prinzip. Ähm, dann geht ihr hier auf, äh, Google und dann wieder den World auswählen, so. Und dann müsst ihr hier halt den Betrag eingeben, wie viele, ähm, ähm, die Google-Token ihr gerne minten möchtet. Und, ähm, genau. Wenn ihr den auch gemintet habt, dann ist es so, dass ihr, ähm, dann ins Liquid Mining gehen könnt. Das zeige ich euch auch nochmal gleich. Und zwar geht ihr hier unten auf die Decks und dann geht ihr hier, ähm, auf ein Paar, was ihr halt gemintet habt. Ich zum Beispiel hab hier, lass uns mal gucken, hier, boop, 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 wo haben wir das? Ähm, die Coin gemintet. Dann, ähm, 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 da ich noch die Coins habe, mach ich einfach hier auf, äh, hinzufügen. Dann klickt ihr hier auf Max und dann ist es so, dass ihr hier jetzt die, ähm, Coin, also die Coin gegenüberstellt zu den DUSD. Und dann seht ihr halt, äh, wie viel DUSD ihr auch braucht. Dort drunter steht, wie viel DUSD ihr zur Verfügung habt. Dann geht hier weiter nach unten. Dann seht ihr halt der Anteil des gesamten Pools, was ihr habt. Dann den Decoin-Impul, ähm, dann haben wir die DUSD-Impul und dann haben wir die voraussichtlich die Gebühr von 0,00100 DeFi. Ähm, und dann gehen wir auf Weiter und dann müssen wir, äh, sehen wir hier jetzt nochmal die ganzen, ähm, Transaktionsart und so weiter und so fort. Das interessiert jetzt nicht so wirklich. Dann gehen wir weiter runter, ähm, und dann gehen wir hier auf Liquidität hinzufügen, bestätigen. Und dann müssen wir wieder unseren PIN eingeben. Das tue ich und dann komme ich gleich wieder. Dann wird hier wieder die Transaktion genehmigt. Und dann müssen wir wieder einen Block warten, um halt die Transaktionsbestätigen zu lassen. Und dann haben wir das auch schon in Liquidy Mining gesteckt. Und, äh, dann bekommt ihr halt, ähm, hier jetzt zum Beispiel, ähm, ein Jahreszins von 11, äh, 111,2% drauf, auf das, was ihr halt in der Liquidität zur Verfügung stellt, in den Liquiditätspool. Genau. Und so könnt ihr dann halt genau in der gleichen Art und Weise auch unterschiedliche Tokens minten, ähm, und dann halt in die Liquidität, äh, reinstecken, äh, also Liquidy Mining sozusagen betreiben. In einem anderen Video zeige ich euch nochmal meine Volt-Strategie, wie ich jetzt, ähm, das Ganze dann auch handhabe und welche Besicherungsquote ich als angenehm empfinde und, ähm, ob man nun jetzt, ähm, andere Strategien damit fahren kann. Dazu, ähm, habe ich schon ein Video gemacht oder mache noch ein Video, deswegen abonniere gerne meinen Kanal und drücke natürlich die Glocke, damit ihr nicht, ähm, Videos darüber verpasst. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ansonsten war es das erstmal für dieses Video. Ich werde auf jeden Fall weitere Videos zu der DeFi Wallet machen und DeFi Chain und Krypto und so weiter und so fort. Also lohnt sich immer ein Abo da zu lassen. Bis dahin, schöne Grüße, Katrin. Bis dahin, schöne Grüße, Katrin.